So, wir sind wieder aufgewacht vor den Gemeinschaftsräumen, vor den Schlafblock C. Letztes Mal hat hier irgendetwas gegrummelt und es hat mich dazu gebracht, dass ich pissen musste. So, ganz unverblümt fangen wir hier an und ein Speicherpunkt. Das ist schön, den hab ich grad gar nicht gesehen. Das ist doch auch verschlossen. Irgendwie sieht das hier auch so aus, so, wie so eine kleine Arena. Ist nicht wahr. Was macht denn so einer da ganz allein? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass der aufspringt. Hä? Hab ich den instant gekillt? Oder war der schon am Arsch? Die Lebenserhaltungssysteme im Schlafblock B wurden ausgeschaltet. Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. Ha, 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 ha. Darum war der auch verschlossen. Hey, wer hat hier das... Ich kann das Schachspiel nicht wieder aufbauen, Mann, oh. Das ist doof. Ich hab selbst mal in einem Schachverein gespielt. Das ist schon einige Zeit her. Auch einige Zeit ist her, dass wir das letzte Mal gespeichert haben. Mittlerweile bin ich nicht mehr in einem Schachverein aktiv. Da gab's ein paar Unstimmigkeiten, um es mal diplomatisch auszudrucken, zwischen dem Vereinsleiter und mir. Allerdings, ja, das waren schon drei, vier Jahre, die ich in dem Verein gespielt hab und hab da auch schon meine Erfahrungen gesammelt. Hab sogar auch schon mal gegen einen Großmeister spielen dürfen, äh, unter Simultan-Voraussetzungen. Simultan heißt, dass der Großmeister gleichzeitig gegen mehrere gespielt hat. Ja, da gibt's so was. So, wo bist du, wo bist du? Lala, lala. Das ist so scheiße. Ich glaube, das war knapp. Und gegen diesen Großmeister hab ich Remi gespielt, also unentschieden. Ganz im Gegensatz, äh, zu dem Kampf hier. Den hab ich eindeutig gewonnen. So, jetzt zu meinem eigentlichen Ziel. Aufmachen. Äh, ja, und wir sollen da hin. Ist hier sonst noch etwas? Um mal ein bisschen aus meinem Leben zu erzählen. Zum Beispiel wegen Schach habe ich auch einige Trophäen, einige Medaillen auch noch in meinem Zimmer rumstehen. Einige Pokale. Bla, hier kommen Selbstbewei... Beweihräucherung. Kann man das sagen? Weiß ich nicht. Hier, bla, eigene Pokale hab ich hier auch genügend. Und hier von Mannschaftsbester und von, äh, dritter Platz, zweiter Platz und erster Platz. U14, U16, U18, U20 und was es da alles gab. Ich hab keine Ahnung, was da alles für Pokale sind. Müsste ich nachschauen und... Aha, da wird... Kommt hier jetzt direkt was raus, oder? Überbrücken! Oh, ist das schwer, ist das schwer, Mann. Ah, das war knapp. Das war das Schlimmste bei Dead Space, was man je machen musste. Überbrückt. Muss ich das nochmal irgendwie aktivieren? Nein. Oh, schau. Irgendwie sind die, die von denen gesagt wurden, ja, die sind schneller, äh, die da von der USG Valor gekommen sind. Nicht wirklich viel schneller als diese stärker mutierten, diese, äh, stark pikmetierten, sag ich mal. Gut, gut, gut. Ich würd's auch mal interessieren, wo der eine jetzt herkam. Weil die Tür ist ja weiterhin verschlossen. Die Funktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Ja, ich bin hier. Ne? Soll ich hier irgendwas machen? Warum leuchtet das manchmal hier so? Das sind einfach nur Lichter. Und da ist nix an Item oder so. Nicht vertreten. Wow. Alles klar. Ach. Nee. Ende des Vakuums. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Kein Fisch hat Nerv. Ein Trittvakuum. Zumindest sieht jetzt wie auf dem Servietteller. Du bist auch lustig. Also ich mein, der hat sich zuvor da doch auch bewegt. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Ach, was ist denn sofort? Wir haben Zeit. Ganz ruhig. Wir haben Zeit. Hier. Nach über einer Minute. Halleluja. Ach, lassen wir uns hier erstmal alles aufsammeln. Ja. Wohndeck, Wohndeck. Vor allem, warum ist es hier viel heller? So, dann tanken wir jetzt erstmal wieder Luft. Ende des Vakuums. Warum ist es im Vakuum so viel heller? Ich verstehe es nicht. Ja, ich hab's verstanden. Raus mit den Fühlerkuss. Das verbraucht gerade wieder zu viel Munition. Bäm, bäm. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Näh, du. Oh, shit. Diese kleinen Viechern, die sind so nervig. So penetrant. Oh. Und. 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 Da, 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 da. Weg damit. Munition davon haben wir noch 20. Das ist genügend. Aber eben mal wieder Luft tanken. Mach auf! Fehlfunktion der Lebenserhaltung zum Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Warum geht die dumme Tür jetzt nicht auf? Boah. Ende des Vakuums. Das war schon etwas knapper. Entritt rein. Wie die Lüft dann immer da durchströmt. Oh, mein Gott. Wo ist denn das? Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Okay. Wendiger sind die dennoch. Was muss man denn lassen? Aber sonst. Eine Kaffeemaschine. Zeit, sich einen Espresso zu machen. Ja. Oder ein Cappuccino. Cappuccino sind lecker. Nebenaufgabe erfüllt. Gut. Was ist hier sonst noch? Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Äh, was? Ach, was? Ach, du bist das. Blöder Sausack. So, jetzt bin ich fix mal zurück. Die Luft hat knapp. Und hier beschwert er sich auch schon wieder. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte suf-ende des Vakuums. Bitte suf-ende des Vakuums. So, wohin? Hä? Jetzt sagt er mir doch wieder da durch. Aber hier geht's doch noch weiter. Was ist hinter dieser Tür? Toilette. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Ja, ist ja gut. Und hier ist die Toilette für das andere Geschlecht. Irgendwie nicht. Da sollte man irgendwie auch nachher durch. Und eigentlich müsste man wohl meinen, dass man mit einem Flammenwerfer da doch gut durchkommen könnte. Weil es ist ja organisches Material. Und Organik sollte gut brennen. Ende des Vakuums. So. Mit Ende des Vakuums haben wir jetzt die Nebenaufgabe auch erfüllt. Und, ja. Wieder ein paar zu Ende. Blah. Es geht gleich weiter. Fehlfunktion der Lebenserhaltung.